Und schwer zu erkennen, wenn man einen Gesamachs-Bulli hat, dann reden wir über die Vergangenheit und das machen wir auch da in der 12-Fussball-Bar aus dem Kreisefranz in Zürich. Wir schauen zurück auf ein Jahr lang eine 12-Fussball-Bar. Wir sind in der Winterpause, wir schauen die besten Sendungen nochmal an, schauen den Ausschnitt daraus und reden mit dem Binkli und dem Rudi über Fussball. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. 12 die Fußball-Bar. Heute 19 Uhr im Sportszenefernsehen.